Ja, oft werde ich gefragt, warum machen wir denn überhaupt Datenintegration? Jetzt haben wir hier so ein Bildchen, wo ganz viele Worte draufstehen, die mit diesem Thema zu tun haben. Und das Wichtigste für mich ist immer wieder hier Information und Wissen. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch in Zukunft noch mehr, immer mehr Daten um uns herum in allen möglichen Quellen und Zielen. Viele Orte sind Quelle und Ziele von Daten zugleich. Hier siehst du eine Auswertung, wie viel Zettabyte an Daten wir bisher und wahrscheinlich auch zukünftig so jährlich produzieren. Unglaubliche Mengen und mit diesen Daten müssen wir irgendwie umgehen und da braucht man immer wieder Datenintegration dazu. Denn was will man im Endeffekt? Ich habe ein gutes Statement hier bei Google gefunden. Man will natürlich bessere Entscheidungen treffen. Diese besseren Entscheidungen kann man treffen, wenn man einen Überblick hat. Und einen Überblick kann man heutzutage haben, indem man geordnete oder zusammengeführte verdichtete Daten hat. Und darum geht es eigentlich bei der Datenintegration. Und Talent löst das Problem, indem es uns in dieses Studio bereitstellt, das Talent Urban Studio, mit über 600 Konnektoren, die so ein Haushaus mitbringt und das Ganze ist auch noch erweiterbar. Und damit kann man dann Prozesse umsetzen, die aussehen wie in diesem Bild hier, also mit einer grafischen Oberfläche versehen sind, und aber nichtsdestotrotz unten drunter eben Code generieren, den ich wieder mit etablierten Standards auf allen möglichen Umgebungen zur Ausführung bringen kann, weil wir ja Java zum Beispiel als einen verbreiteten, etablierten Standard verwenden. Und als Ergebnis erzeugen wir eben genau diesen Mehrwert, den wir aus diesen vielen kleinen Punkten im Sinne von Code und Daten erzeugen, um dann bessere Entscheidungen treffen zu können.